Hey Leute! Ich bin's wieder, Drache Charo mit LP in dran und wir verantworten mit Let's Play... So. The Legend of Zelda The Manish Cap In der letzten Episode haben wir... Ähm... Irgendwas gekriegt, den Schlüssel, glaub ich. Er hat doch einen kleinen Schlüssel. Und nun können wir nicht durch diese Tür... durch. Brilliant. Die Szene ist echt schön. Im Szene-Gesetz. Ah, jetzt können wir hier einfach die Weichen umstellen. Und ich nehme an, das heißt wir werden jetzt einfach mal... Wollen wir da nochmal reingehen? Landen wir oben. Beim... Herz! Hm... Teil... Äh... Okay. Dankeschön. Na gut, dann gehen wir halt den... Oberen Weg. Autsch. So. Kann ich das... Ding einfach irgendwie... Hm. Scheinbar nicht. Ah, kommt schon. Schön von vorne angreifen, danke. Nicht, dass mich hier noch irgendwas runterboxt. Ist ja nicht so cool. Das ist ja überhaupt nicht cool. Denn dann, wenn wir in Lava fallen, ist das ja meistens nicht cool. Ne? So. Zack. Das erinnert mich jetzt ein bisschen an den... An den Feuer-Dungeons Twilight Princesses, als ich das damals letztendlich hab. Ich glaub ich hab damals sogar meinen Pet-Piefer, also den alten Pet-Piefer-Kleffel wegen... Ja, der Unterschied zwischen Lara und Magma. So. Warum bin ich das so aufgeregt? Ich mein, es ist ja eh nur so ein kleines... Wort-Dings, dass sich Menschen ausgedacht haben. Aber wenn... Wenn das schon so ist, kann man das wenigstens noch machen. Herz-Teil! Jetzt hast du zwei. Noch zwei? Und du hast ein Herz mehr. Sehr gut. Hm, okay. Ah. Aber eigentlich, ne... An sich ist das schon richtig krass, dass... Das Innere unserer Erde so viel Druck hat. Das ist einfach Gestein und so... Zerfließt. Oh nö. Na. Stammt. Ich kann mir ne Wirbelattacke nicht aufladen, das ist... Nicht gut. Explodier bitte. Ich hab einen erledigt. Ich kann nicht wachen. Ja gut, ich mach das aber mal so. Scheint zu funktionieren. Das ist ja das Wichtige. Und... Tschüss. Joa, das war doch ganz gut. Wir haben nur ein Herz verloren. Und wir kriegen den Wirbelstab. Er dreht Dinge um und verwandelt Löcher in Sprungbretter. Okay, ist das Item, was ich noch nie im Zelda-Spiel habe? Oh, die Animation ist hübsch. Moink. Moink. So. Mal gucken, was wir mit dem Wirbelstab so anstellen können. Anstellen können. Hm. Hm. Was sagt ein Effekt auf die Sachen? Ah. Cool. Joa, das ist doch... Hm. Hey, Knops. Mit dem Wirbelstab können wir uns vielleicht in die Höhe katalbotieren. Da müsste nur die Energie, die aus der Spitze kommt, irgendwo einfangen können. Ah. Das ist ja praktisch. Und wir haben ein Portal-Dings errichten können. Sehr schön. Kann ich den irgendwie auch irgendwas machen? Out. Hm. Ich probiere das lieber. Nicht aus. Ha. Aha. Oh mein Gott, da haben wir einen kleinen Link. Bye. Ich glaube bisher von allen Links hat es doch der Wind Waker Link so am schlimmsten mit der Kanonenfahrt. Die Animationen, die waren so gut. Öffnen, verschliessene Türen und barrikaden diesen Dungeon. Und nochmal zurückfahren. Oh Mann, ich... Also... Animationen, ne? Animationen, die... Die verleihen Dingen einfach so... So viel Leben, also... Hoppla. Ich soll eigentlich hier durch. Ich muss da wieder... Die... Gleise. Rüber. Ich meine, man muss halt nicht super Kunst haben, um irgendwas richtig geil zu haben. Also, keine Ahnung. Ein Comic oder in einer Serie oder sowas richtig cool zu haben. Das ist einfach, wenn der Stil passt und man so richtig schöne... Ich muss eigentlich nicht den Weg nehmen, was noch recht war. Aber wenn man halt so... Also Expressions und so süß gut zeichnen kann, ne? Dann ist es ja schon mal die halbe Miete zum Beispiel. Also, viele Cartoons. Die gehen jetzt nicht zum Beispiel auf anatomische Corrections, sondern... Die sind einfach... Die finden Animationen, die einfach so geil gemacht. So. Keine Ahnung, was das bringt, aber... Hm. Warum kann ich mich denn kleiner machen? Ist hier irgendwas, wo ich... Oh, ich komme nicht durch die Gleise. Üps. Gut gemacht, Charo. Aha, ich sehe schon. So, ich würde gerne kleiner werden. Okay, jetzt aber. Und jetzt kommen wir da auch durch. Oh, richtig knapp hier. Eigentlich voll getroffen, aber nur. So. Okay. Hier wartet... Äh... Das Ding auf uns. Was sind das für Teile? Ich will dir als kleiner Link jetzt nicht anfassen. Könnte sonst böse enden. Wer weiß, wer weiß. Und... Äh, ich mag schon. Meine Stimme ist immer noch nicht ganz... ...zurück. Ich glaube, man hört es mir vielleicht sogar ein bisschen an. Äh, ich habe ja gestern relativ lange mit einer Freundin auch noch geskypt. Heute wieder. Und dann... Also vorgestern hatte ich auch noch was zu tun. Ach ja. Perks of weit entfernte Freundschaften, ja. Na ja. Wenigstens können wir miteinander kommunizieren und so. Das ist ja schon... ...schon mal was. Und? Oh. Au. Kann ich den wieder rausholen? Das... Das war ja richtig, die die klug. Bei... Halt... Okay. Es ist noch nichts verloren, ne? Es ist noch nichts verloren. Hoffe ich. Hm. Ich habe irgendwie so das Gefühl, ich muss das Ding hier hinziehen. Okay. Dann fahren wir halt mal. Wie schnell das einfach geht. Gut, dass man die Sachen einfach schnell resetten kann. Nein, ich wollte... Resetten kann. Sollte ich jetzt nicht. Tut mir leid, Link. So. Hm, 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 hm. Wo ist das schön her? Zack. Hier ist ein Nüchtier. Und ich den noch? Sehr gut. Hm. Hier habe ich jetzt ein bisschen zu weit geworfen. Das ist ja echt nicht so cool. So, her mit dir. Wie der alte Typ einfach nichts mehr rocken kann. Kann ich dich? Ähm. Das ist jetzt nicht so cool. Bei Halt, Stopp. Halt, Stopp. Kann ich ihn festhalten? Okay. Gut, dann versuche ich den jetzt aber mal. Bisschen. Ah, sehr gut. Hat doch funktioniert. So, aber Schwierigkeiten, aber... Ich muss sagen, ich liebe die Animationen in diesen Spiels. Sie sind einfach so... Die sind einfach so ablenkend. Toll. Gut gemacht. You could say I drove it to the wall. Wall. Vor allem. Oh Gott. Oh Gott, was war das denn? Mann, 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 Mann. Wollen wir das... ...nochmal probieren? Diesmal... ...mit weniger... Hoppla, das wollte ich nicht. Also, mit weniger von... Hoppla, das wollte ich nicht. Zack. Aber mittlerweile sind wir ja schon Pros. Und weiter geht's. Boah, honestly gucke ich mal diese Animationen an. Die sind ja voll cool. Voll gut. So, nicht, bin ich noch eins weiter. Geht doch. Meine Güte, meine Güte. Aber wir haben es geschafft. Aber wir haben es geschafft. Hm. Ah, verstehe. Zack. So, ich will da raus. Jetzt ist es, wie wir den Würbelstab haben. Da haben wir ja auch viel mehr Möglichkeiten, an andere Sachen zu kommen. Glücksfragment. Okay. Glücksfragmente finden wir jetzt ziemlich viele hier. Hm. Oh. Wer ist ein Trottel? Ich bin ein Trottel. Aber ja, da kann man nicht sagen, ich bin ein Trottel. Ich hab's einfach nicht gesehen. So. Und ein weiteres Glücksfragment. Gut, offensichtlich treffen wir dann auch auf Leute, denen wir die Glücksfragmente andrehen können. Was macht diesen Sound? Oh, vielleicht sind das die... Die... Ähm. Wow. Das war cool. Das wollte ich jetzt nicht, aber das war trotzdem cool. Ähm. Oh, ein Herz. Also, diese Klingenteile. Wenn die, wenn die gegen die Wand, äh, driben. Ich kann dir gut vorstellen, dass das die sind. Okay, das ist ein bisschen gefährlich. Hm. Wir müssen nämlich genau dann rufen. Wie man das Ding hier hinfährt. Wobei, das... Ah, das hält sogar länger. Haben wir uns wieder ein Portal geschaffen? Und... Das Ding kann ich auch noch grad umdrehen, wenn wir schon mal hier sind. Okay. Äh. Autsch. Hui. Ja, komm schon, komm schon, komm schon. Knappe Kisten haben wir hier. Richtig knappe Kisten, muss man schon sagen. Okay. Okay. Oh nein. Gut, das hält sich so gut. Könnte ich doch theoretisch eigentlich mit dem Teil wegmachen. Jupp. Sehr gut. Ich darf das Ding wechseln. Und weiter geht's. Hm, vielleicht schaffen wir es heute sogar, den Dungeon zu beenden. Hm. Könnte ja gut sein, könnte ja gut sein. Oh Mann, das wird jetzt flinke Finger brauchen. Vor allem, da wir nicht die hier, die dazwischen sind, umbringen dürfen. Und das kommt so nach Fliegerunde. Keine Ahnung, wie ich das... ...empfinden soll. Hm. Naja, wir werden ja sehen. Werden wir sehen. Da können wir zwar noch durch, aber ich will gucken, was hier noch so ist. Außer... ...die Teile. Autsch. Autsch, Autsch, Autsch. Aua. Das war's. X-Faket. Fast schon wert. Ha, 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 ha. Seht ihr? Ich bin auch gut in so Dingen. Da muss ich mir halt Mühe geben. Ist ja so, jeder kann gut in Sachen sein, wenn es sich Mühe gibt. Außer, natürlich geht es nicht. Aber nur. Ich nehm an, ich soll jetzt einfach... ...so in das Ding rein. ...und... ...ja, sehr gut, ne? Klappt doch alles fantastisch. Muss man schon sagen. Aber ich muss sagen, ich... Bisher finde ich den Dungeon, der ist... ...der ist richtig cool. Bisher die Dungeon-Designs, ja, die passen ja richtig... ...die passen richtig gut. Die sind echt... ...schön auf diese Perspektive auch ausgelegt und so. Ich frag mich, ob es einen Wasserdungeon gibt. Denn Wasserdungeon können meistens einfach... ...ja, nur fies sein, sag ich mal. Ist so. Abbrechen. So, ich erinnere nur an... ...den Wasserdungeon aus Twilight Princess. Der war jetzt nicht so cool. Wobei der schlimmste Wasserdungeon war... ...meiner Meinung nach immer noch... ...so einer der Schlimmeren war auch der... ...Skyward Sword. Was denn sind Wasserdungeons einfach... ...fach schlimm? Wasserlevel allgemein? Ich weiß auch nicht warum. Hm. Ach. Oder wir sind so ein Eiswelt meistens. Richtig, richtig... ...schön und... ...und cool und... ...die haben einfach so... ...so einen geilen Feen meistens. Okay, ich bin da wahrscheinlich ein bisschen Bias, weil ich voll der Wintermensch bin und... ...verkälte und so züge ich mag. Oh... ...so. Lass mich an, ein Glücksfragmente. Hm. Bin hier echt nur ein Glücksfragmente, ne? Ich frage mich, ob es hier auch ein Eis-Dungeon gibt. Oh, das wäre voll cool. Ich weiß zwar nicht, was genau man in einem Eis-Dungeon machen könnte, aber... ...ne? ...und der Master-Schlüssel. Sehr gut. Er öffnet große Schlösser. Ich frage mich jetzt aber... ...wag ich kann einfach da runter. Dö. Ich glaube, wir gehen jetzt doch schnell den Boss machen und... ...mh, dann haben wir den Dungeon in... ...ja, so zwei, drei Episoden abgeschlossen. Ah. So. Und... ...rein da. Ich frage mich aber, haben wir eigentlich alles gefunden? Oh. Ich habe eine Truhe verpasst. Gut gemacht. Naja, was soll's. Ah, so. Gehnen wir uns noch schnell... ...volle Herzen und... ...springen durch dieses... ...Loch. ...gut, wieder nicht in der Labe. Gott, der Gegner dieses Dungeons ist... Das Ding sieht cool aus. Oh mein Gott. Guck dich das Design an. Holy shit. Das ist ein Schildkröten-Drachen-Ding. Oh. Mein. Gott. Oh mein Gott. Das ist ja richtig, richtig übelst cool. Holy shit. Der Boss ist so cool. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Guck dir mal die Wände an. Der ist auch das Abbild des Bosses. Oh. Okay. Ja, also... Ich mach mal meinen Namen mal wieder. Alle Ehre, Drache. Ciao. Jawohl. Ja, Gott. Aber Leute, Drachen, ne? Drachen sind einfach... Mann. Das ist... Das ist richtig, richtig geil. Das Design so im Teil. Oh. Ich glaub, ich hab einen neuen Lieblings-Velder-Boss. Äh. Ähm. Hilfe? Hilfe? Okay, gut. Ich dacht schon, es bleibt so. Oh. Das Vieh ist so cool. Aua. Das wollte ich jetzt nicht. Hm. Okay. Mein Gott. Ey. Das ist fies von dir. Das ist fies von dir. Das ist fies von dir. Autsch. Oh nö. Jetzt bin ich nicht lachen. Stolkert. Das wollte ich jetzt aber... nicht. Das hier alles brennt, ist jetzt eher schlecht. Äh. Oh Gott. Unser größter Feind in diesem Kampf. Wir sind einfach... Die Flammen, die hier überall rumliegen. Oh, das ist so ein cooler Boss. Oh mein Gott. Die ist richtig, richtig, richtig episch. Oh mein Gott. Äh. Doch, doch, doch. Das war's. Und. Oh. Schön. Alles löschen. Möglichst nicht in die Flammen reintanzen. Schön, dass du das Zeug auch die Flammen löscht. Ah. Ah. Ja. Tu dir keinen Zwang an. Ich lösche das Zeug mit. Aber ein bisschen. Oh. Gittigit. Das war fies. Ich hab definitiv die Flammen. Das sind nicht das Schlimmste hier. Nee, das... Oh Gott. Ich find immer noch voll geflasht, wie cool der Boss einfach ist, ne? So. Meine Güte, dass du dich jetzt echt nicht erwartet hast, dass es so ein cooler Boss wird. Und wir haben ihn besiegt. Ja. Tut mir leid, oh cooler Boss. Du bist voll cool. Wow. Wir haben das Feuerelement. Ja, aber das Feuerelement, Leute. Flamme ein Element erhalten. Boah, war das ein cooler Kamm. Das Flamme-Element enthält die Kraft, Licht und Wärme zu spenden. Schön. Wo ist mein Herz-Container? Da ist mein Herz-Container. Oh. Das, 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 das ist mal ein Kampf. Oh, oh, oh. Mann, ich will immer noch voll geflasht. Aber Leute. Ich würde sagen, das war es heute. Wir sind ein bisschen über das Limit übergegangen. Aber wir haben das in den Dungeon geschafft. Also. Hoffentlich hat es euch gefallen. Und so hat es euch Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall. Weil ich glaube, das hat mir, das hat mir richtig angehört. Boah. Was für ein cooler Boss. Also. Ich danke euch vielmals für das Zugucken. Und bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif. Ciao.